Wir haben heute nicht sehr gut gespielt. Wir gaben viel zu viele glückliche Möglichkeiten, insbesondere in der zweiten Zeitung. Und wenn man 2-on-1s geben kann, wie wir in diesem Zeitpunkt gemacht haben, wird man den Preis gegen gute Teams bezahlt. Das war heute Abend und dann war das Spiel vorbei. Wir haben über die Woche gesprochen, dass meistens das erste Spiel nach einer Pause nicht einfach ist, in einem Rhythmus zu finden. Das müssen wir einfach spielen und geradlinig. Die Jungs sind nicht gut umgesetzt. Am ersten Rhythmus sind wir ein paar Mal im Counter gelaufen, wo wir dann immer mit vier Leuten aufs Eis gekommen sind, wo wir gesagt haben, okay, in die offensive Zone müssen wir gucken, dass wir immer ein oder zwei Leute ein bisschen mehr höher haben, dass wir nicht in den Counter laufen. Und dann ab 2-on-3, weil das Unterschied war, was gerade Rob auch gesagt hat, wir haben die Zweikämpfe gewonnen an die Bahn, vor allem auch defensiv, wodurch wir dann auch die Chance kreiert haben, um die Tore zu schießen, wo das 2-1 war oder 3-1. Und das haben die Jungs gut gemacht. Und am Ende natürlich trotzdem nur ein Sieg. Aber es sind wichtige Punkte. Und wir werden uns vorbereiten jetzt auf Sonntag.